Heute informieren wir euch darüber, was uns 2021 wahrscheinlich erwartet, über Neuerungen zum Jahreswechsel in der Arbeitswelt und über ein erfolgreiches Perspektivejahr. In den letzten Tagen von 2019 berichteten die Nachrichten von einem neuartigen Erkältungsvirus, das rund um den Fischmarkt im chinesischen Wuhan aufgetreten war. Damals konnte sich wohl kaum jemand vorstellen, was in den folgenden Monaten auf uns zukommen würde. Das Jahr 2020 geht zweifelos als das Jahr der Corona-Pandemie in die Geschichte ein. Die Pandemie hat zahlreiche Entwicklungen des Weltkapitalismus verschärft und auf die Spitze getrieben. Und doch war Corona nicht die letzte Ursache allen Übels. Die schwerste Wirtschaftskrise etwa hatte schon vor Corona begonnen. Das Gleiche gilt für die zunehmenden Spannungen zwischen den großen kapitalistischen Staaten. Und auch die weltweiten Proteste und Widerstandskämpfe befinden sich schon seit mehreren Jahren im Aufschwung. Gelegenheit genug zu fragen, wie wird es in diesem Jahr weitergehen? Kommen wir zuerst zur Pandemie. Natürlich führt die Entwicklung der verschiedenen Impfstoffe dazu, dass ein Ende der Pandemie absehbar wird. Doch selbst wenn die Impfstoffe die Verbreitung des Virus tatsächlich stoppen können, wird ihre Verteilung noch viele Monate in Anspruch nehmen. Denn die mit staatlichen Geldern entwickelten Impfstoffe, wie der von BioNTech, bleiben privat lizenziert, können also nur von diesem Unternehmen produziert werden, was die Produktion verlangsamt. Es ist schon absurd, wie hier der heilige Gral des Privateigentums die Pandemie verlängert. In der Zwischenzeit wird der Staat weiter Beschränkungen verhängen. Markus Söder von der CSU hat bereits eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar gefordert. Für Solo-Selbstständige, kleine Geschäftsleute, Gastronomen, Kunstschaffende, Kulturschaffende sowie ihre Beschäftigten bedeutet das die drohende Existenzvernichtung, während die Arbeiterinnen in der Produktion, im Versandhandel und in den Krankenhäusern weiter ihre Gesundheit aufs Spiel setzen müssen. Die Proteste gegen die Corona-Politik der Regierung werden aller Voraussicht nach also weitergehen. Bislang sind es vor allem Faschisten und Verschwörungsmystiker, die das Thema für ihre Zwecke kapern wollen. Die Frage ist also, gelingt es in diesem Jahr, dem eine Massenbewegung mit fortschrittlicher Stoßrichtung entgegenzusetzen? Kommen wir als nächstes zur Wirtschaftskrise. Ob Corona nun verschwindet oder nicht, die Wirtschaftskrise wird in diesem Jahr weitergehen. Ende Januar läuft die Sonderregelung ab, dass überschuldete Unternehmen keinen Insolvenzantrag stellen müssen. Deshalb ist in den nächsten Monaten mit einem Anstieg der Unternehmenspleiten und Entlassungen zu rechnen. Auch eine Bankenkrise ist noch lange nicht abgewendet. Zugleich explodieren in fast allen Staaten der Welt die Schulden, die zur Rettung der Unternehmensprofite aufgenommen wurden. Zur Kasse gebeten werden hierfür am Ende die ArbeiterInnen. Schon jetzt sind in Deutschland die Preise für Nahrungsmittel deutlich gestiegen. Die Frage ist, kommt dieses Jahr nach der Bundestagswahl eine Art Agenda 2030 mit neuen Angriffen auf ArbeiterInnen, Renten und soziale Absicherungen? Kommen wir nun zu den wachsenden internationalen Spannungen. Im Südchinesischen Meer und im Mittelmeer, im Kaukasus, der Krieg in Syrien, Kriegsübungen in Europa. Im Krisenjahr 2020 haben sich die Konflikte zwischen den großen imperialistischen Staaten an vielen Stellen zugespitzt. Im Zentrum der globalen Spannung steht der Kampf zwischen den USA und China um die Welthegemonie. Der frühere US-Außenminister Kissinger warnt vor einem Konflikt von der Dimension des Ersten Weltkriegs. Nachdem viele Staaten in den letzten drei Monaten den Ausgang der Wahl in den USA abgewartet haben, könnte das Jahr 2021 mit einer erneuten Welle von Eskalation starten. Denn designierte US-Präsident Joe Biden kann als militärischer Hardliner eingeordnet werden. Neue kriegerische Eskalationen sind also durchaus möglich. Kommen wir als letztes zum Widerstand. Ob Corona, Wirtschaftskrise oder Krisgefahr, die Konflikte haben sich am 31. Dezember um 24 Uhr wirklich nicht in Luft ausgelöst. Doch trotzdem gibt es eine Perspektive für die ArbeiterInnenklassen. Denn das vergangene Jahr hat nicht nur Krankheit und Entlassungen hervorgebracht, sondern auch die weltweiten Widerstandskämpfer auf ein neues Niveau gehoben. Wilde Streiks von ErntearbeiterInnen, Streiks im öffentlichen Dienst, Krisenproteste, auch in Deutschland, weil 2020 wirklich kein Jahr der Friedhofsruhe, sondern der Kämpfe um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Wie es unser Kommentator Thomas Stark sagte, diesen Weg müssen wir auch 2021 weitergehen, noch entschiedener und noch organisierter. Kommen wir damit zur zweiten Nachricht. Was ändert sich 2021 in der Arbeitswelt? Anfang des Jahres treten wir immer neue Regelungen in Kraft und wir geben euch heute ein paar wissenswerte Infos. Wenn man krank ist in Zukunft und zum Arzt geht, wird ab diesem Jahr die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung digital an den Chef gesendet. Mit dem Papierweg ist jetzt Schluss. Auch der Mindestlohn steigt. Dieser liegt jetzt bei mickrigen 9,50 Euro pro Stunde. Schaut also auf eure Gehaltsabrechnung, ob ihr dieses auch erhaltet. Azubis müssen im ersten Lehrjahr jetzt mindestens 550 Euro verdienen. Für Geringverdienerinnen ist interessant, der Grundfreibetrag, also der Betrag, bis wohin keine Steuern gezahlt werden müssen, steigt um rund 300 Euro auf 9.704 Euro. Für Paare gilt das Doppelte. Der Grundfreibetrag wird übrigens jedem steuerpflichtigen gewährt, auch wenn das Einkommen darüber liegt. Für Geringverdienerinnen mit Kindern gibt es extra Geld. Nicht nur das Kindergeld erhöht sich, sondern auch der Kinderzuschlag für die Eltern, die knapp über Hartz IV verdienen. Hier können Sie zusätzlich zum Kindergeld 205 Euro pro Monat geltend machen. Auch der Hartz-IV-Satz steigt. Um gerade mal 14 Euro auf jetzt 446 Euro. Zudem fällt der Soli für viele Menschen weg. Die Pandemie macht es außerdem möglich. Homeoffice-Pauschale für Steuerpflichtige können für jeden Kalendertag der Jahre 2021, an dem sie ausschließlich zu Hause arbeiten, einen Beitrag von 5 Euro geltend machen. Maximal 600 Euro. Auch startet die Grundrente ab 2021. Zuletzt sind nun die viel kritisierten Werkverträge in der Fleischindustrie verboten worden. Leiharbeit wird dort ab dem 1. April weitgehend verboten. Jetzt fehlen nur noch die Automobilindustrie, der Bausektor und alle anderen Wirtschaftsbereiche, wo auch Werkverträge verboten gehören. Kommen wir nun noch zu einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2020 von uns als Perspektive-Redaktion. Der Bankrott kapitalistischer Medien war besonders in diesem Jahr unübersehbar. Bei Corona wurden täglich neue Infektionszahlen präsentiert, aber kaum darüber gesprochen, dass unsere Gesundheit dem Profit untergeordnet wird. Es wurden immer neue Nazi-Einzelfälle präsentiert, ohne die Systematik von Faschismus im Staatsapparat zu zeigen. Und es wurde leid dargestellt, ohne über die hoffnungsvolle, massenhafte Solidarität und Widerständigkeit der ArbeiterInnen weltweit zu berichten. All das haben wir bei Perspektive Online versucht, im vergangenen Jahr anders zu machen. Offenbar mit Erfolg. So konnten wir unsere Seitenzugriffe im Vergleich zu 2019 auf 1.150.000 fast verdreifachen. 2019 hatten wir noch 407.000 Aufrufe nach einer Verdopplung gegenüber 2018. Damit hatten wir im Jahr 2020 durchschnittlich 3.150 Aufrufe am Tag auf unserer Website perspektive-online.net. Auch die Zahl der NutzerInnen hat sich massiv auf 505.000 erhöht. 2019 waren es noch 200.000, 2018 noch 120.000 gewesen. Doch Perspektive besteht nicht nur im Netz, sondern auch auf der Straße. Auch in diesem Jahr haben wir jeden Monat unsere Printausgabe mit einer jährlichen Gesamtauflage von 60.000 Stück herausgegeben. Sie wird derzeit regelmäßig in mittlerweile 15 Städten verschickt und verteilt. Und auch zu unseren aktiven KorrespondentInnen konnten wir neue Menschen hinzugewinnen. Über 25 Aktive haben in diesem Jahr Artikel für Perspektive geschrieben und unsere Redaktionen konnten wir um ein weiteres Mitglied erweitern. Die über 1.000 Artikel, die Hintergrundgespräche, die Server-Infrastruktur, die Printlayouts, kostenlose Printausgaben werden jedoch ebenso wenig möglich gewesen und die Dutzenden aktiven finanziellen UnterstützerInnen im Verein für politische Bildung unabhängigen Journalismus, bei Steady oder bei PayPal. Ihnen allen, euch allen, sagen wir Danke. Wer auch Teil der Perspektive Community werden will, ist auch 2021 herzlich eingeladen, als finanzieller Unterstützer oder auch aktiv Schreibender mitzumachen. Weitere Infos dafür findet ihr natürlich auf unserer Website perspektive-online.net. In diesem Sinne, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.